Hallo zusammen! Heute kommt der Witz wieder einmal aus der Kirche. Der Pfarrer hat nämlich seinen Kollegen eingeladen, zu ihm ins Pfarrhaus zu Mittagessen zu essen. Und die Köchin hat ein wunderbares Mönig hergezaubert. Natürlich gab es nachher noch ein Käffchen und ein Schnäpschen. Der Kollege hat sich dann wieder verabschiedet. Am Abend sagt die Köchin zum Pfarrer, sie wissen ja auch nicht genau, aber sie hat heute feile Bier in der Küche einen silberigen Löffel. Ein paar Tage später haben sich die zwei Herren wieder getroffen, sagt der Pfarrer zu seinem Kollegen. Du, ich will ja nicht sagen, dass du klauen kannst, aber seit du bei mir warst, feile bei uns einen silberigen Löffel, hat der andere gesagt, du, ich will auch nicht behaupten, dass du bei der Köchin übernächtigst, aber wenn du im eigenen Bett schlafen würdest, hättest du den Löffel schon lange gefunden. Schöne Woche, tschau wieder anders! Schöne Woche, tschau wieder anders! Schöne Woche, tschau wieder anders! Schöne Woche, tschau wieder anders!